Was machst du denn hier? Es sind Ferien. Aber Mama, ich will mich nur schon mal drauf vorbereiten, was nächstes Jahr in der Schule drankommt. Das Buch ist richtig spannend. Geh doch mal mit deinen Freunden raus. Meine Freunde haben alle ganz komische Hobbys, die verstehen überhaupt nicht, was ich hier mache. Ach, komm schon. Mama, die verstehen überhaupt nicht, dass ich lernen will und gute Noten schreiben möchte. Versuch es doch zumindest mal. Okay, dann mach ich das. Spaß ist auch wichtig. Ja, ja, Mama. Hey, Lina, hast du Lust, dich nachher in der Bibliothek zu treffen? Mama, niemand von meinen Freunden möchte sich mit mir treffen. Rück rüber, dann lese ich weiter. Okay, dann gehen wir uns zwar einfach mal reiten. Oh, okay. Tante Mary gehört doch der Ponyhof hier. Oh, stimmt, das vergesse ich immer. Los, komm mit. Hey, oh mein Gott, du bist auch hier? Oh, äh, hi. Ja, meiner Tante Mary gehört ja der Reiterhof hier. Oh mein Gott, wie cool. Ich liebe reiten. Oh mein Gott, ich auch. Wie toll.